Ich möchte euch herzlich zu unserer heutigen Demonstration der Plattform für ein lebenswertes Oberösterreich begrüßen. Wir demonstrieren hier heute, um die Kürzungspläne, die ab morgen im oberösterreichischen Landtag verhandelt und letztlich beschlossen werden sollen, zu verhindern. Verhindern wir gemeinsam diesen Sozialabbau, verhindern wir gemeinsam diesen Kulturabbau, verhindern wir gemeinsam diese unsinnige Budgetpolitik.